Am 11. Januar ziehen die Stars wieder ins australische Dschungelcamp. Jetzt steht offiziell fest, wer die zwölf RTL-Kandidaten sind. Diese zwölf Promis machen mit und werden als Teilnehmer am Lagerfeuer sitzen. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Am 11. Januar 2019 startet die 13. Staffel des Dschungelcamps. Bereits im Vorfeld hat die Gerüchteküche schon ordentlich gebrodelt. Wer zieht 2019 ins Dschungelcamp? Romy-Kandidaten, diese Stars ziehen ins Dschungelcamp. Jetzt stehen die Teilnehmer offiziell fest. RTL hat bekannt gegeben, wer die zwölf Kandidaten des Dschungelcamps sind. Bestätigt ist also auch die heiße Favoritin und Sexpertin Laila Lofiere und die extra hohe Mr. Hoam-Schauspielerin Doreen Dietl. Dschungelcamp, Promi bekommt Preisgeld zur Gage. Und auch die Sendetermine sind mittlerweile bekannt. Die erste Folge läuft freitags ab 21.15 Uhr, dann täglich live ab 22.15 Uhr. Das Finale steigt am 26. Januar um 22.15 Uhr und das große Wiedersehen zeigt RTL am 27. Januar um 22.15 Uhr und das große Wiedersehen zeigt Romy-Kandidaten des Dschungelcamps. Eine Premiere ist auch schon bekannt. Erstmals wird es in der Geschichte des Dschungelcamps zusätzlich zur Gage auch ein Preisgeld geben. Dem Gewinner winken stattliche 100.000 Euro.